Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Powertest. Jeder liebt kostenlose Sachen, egal ob Kugelschreiber, Popsockets oder einfach mehr Leistung am Computer. Und zumindest das letzte können wir ganz einfach erreichen, indem wir einfach den Computer übertakten. Und wir zeigen euch in diesem Video, wie wir die CPU übertakten, im nächsten Video geht es dann darum, wie wir die Grafikkarte übertakten. Also abonnieren. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Voraussetzungen. Gucken wir uns doch erstmal an, was wir denn überhaupt zum übertakten brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall eine vernünftige, passende CPU und das passende Mainboard dazu. Fangen wir erstmal bei Intel an. Bei Intel ist es ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass die CPU ein X oder K im Namen hat. Und das Mainboard braucht die Bezeichnung Z oder X. Bei AMD ist das Ganze wesentlich einfacher gehalten. Hier brauchen wir bloß eine moderne CPU, beispielsweise ein Ryzen. Und beim Mainboard müssen wir bloß darauf achten, dass kein A im Chipset-Namen steht. Da sollte ein B oder X stehen. Und ihr braucht definitiv noch eine vernünftige Kühlung. Es muss jetzt nicht gleich eine Wasserkühlung sein, aber der Luftkühler, der da dran ist, sollte auf jeden Fall wesentlich besser sein als der Boxkühler, der mit der CPU mitgeliefert wurde. Denn eine übertaktete CPU erzeugt einfach wesentlich mehr Hitze als eine nicht übertaktete CPU. Mir wurde früher als kleiner Tipp noch mitgegeben, dass ich in den Windows Energieeinstellungen meine Einstellung von balanciert auf Höchstleistung ändern soll. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt wirklich was bringt. Aber es hört sich erstmal gut an und schaden kann es ja auch nicht. So und jetzt brauchen wir bloß noch drei Programme, um zu überprüfen, ob unsere Übertaktung erfolgreich war. Zum einen haben wir hier CPU-Z, um unsere Taktrate und die Core-Votage auslesen zu können. Dann haben wir HW-Info 64, um die Temperaturen auslesen zu können, damit wir wissen, ob unsere aktuelle Kühlung überhaupt für unsere Übertaktung ausreicht. Und dann brauchen wir noch ein Programm, um die CPU künstlich unter Last zu setzen, damit wir überprüfen können, ob die momentane Übertaktung stabil läuft und dafür nutzen wir Cinebench. Umsetzung. So, wenn wir das alles haben, dann müssen wir erstmal ins BIOS. Wenn ihr eine Ryzen-CPU habt, dann könnt ihr auch einfach das Ryzen Master-Tour nutzen. Hat natürlich den Vorteil, dass ihr nicht jedes Mal den PC nur starten müsst, um eine Einstellung zu tätigen. Wir bleiben allerdings bei der Variante mit dem BIOS. Um ins BIOS zu kommen, müsst ihr erstmal den PC starten und dann je nach Mainboard-Hersteller die Entfernen- und oder F2-Taste gedrückt halten. Bei MSI ist es, zumindest bei meinem MSI-Board, die Entfernen-Taste. Im BIOS angekommen, sieht das dann erstmal so aus. Auch diese Ansicht wird vom Mainboard-Hersteller zu Mainboard-Hersteller etwas variieren. Aber vom Inhalt her sollte es ungefähr dasselbe sein. Beim Mainboard müssen wir erstmal, um in den Advanced-Modus zu kommen, F7 drücken. Dann haben wir nämlich wesentlich mehr Einstellungen bzw. können überhaupt erstmal in das Overclocking-Profil reingehen. Und genau das machen wir jetzt auch. Bei ASUS müsste es der AI-Tweaker oder sowas in der Art sein. Bei mir ist es halt OC. Die gehen wir rein. Hier haben wir dann verschiedene Einstellungen, z.B. die CPU-Ratio. Das ist wohl das Wichtigste, denn hier stellen wir letztendlich den Takt ein. Die Zahl, die wir hier eintragen, beispielsweise 40, wird dann mal 100 multipliziert und dann kriegen wir halt 4000 raus, das ist dann die Megahertz-Anzahl und umgerechnet so das dann halt 4,0 Gigahertz. Was auch noch wichtig ist, ist hier unten die Core-Voltage. Das ist letztendlich ja die Lastspannung und die stellt ihr dann um, wenn eure CPU nicht mehr genug Strom hat, um die aktuelle eingestellte Taktrate umzusetzen. Genau. Hier solltet ihr allerdings vorsichtig sein, denn wenn ihr hier zu hohe Voltzahlen einstellt, dann wird eure CPU auch sehr sehr heiß und das kann natürlich schnell nach hinten losgehen. Im Optimalfall geht sie dann natürlich vorher aus, bevor da irgendwas passiert. Was auch passiert, wenn ihr das hochstellt, die Lebenserwartung eurer CPU sinkt erstmal. Das macht nicht so viel aus, da eine CPU normalerweise eine sehr hohe Lebenserwartung hat, aber ich stell's in dem Beispiel jetzt nicht um, weil ich halt möchte, dass meine CPU so lange lebt wie möglich. Der ein oder andere von euch hat vielleicht Angst, hier ein bisschen was umzustellen, da das jetzt auch erstmal, wenn man sich damit nicht ausgrenzt, ein bisschen kompliziert aussieht, aber ihr solltet eigentlich nichts kaputt machen können. Heutzutage gibt's genug Schutzfunktionen, damit eben nichts kaputt gehen kann. Beispielsweise, entweder geht der Computer gar nicht erst an, also schickt euch direkt wieder ein Spice zurück, damit ihr das wieder zurückstellen könnt, oder wenn es halt angeht und dann erst sozusagen zu heiß wird, dann geht der PC im Normalfall einfach viel früher aus. So. Die CPU-Ratio stellt ihr letztendlich so ein, ihr geht erstmal auf einen relativ safen Takt hoch, beispielsweise der Boost-Takt, und dann tastet ihr euch immer höher. Ähm, wenn jetzt 4,4 GHz funktionieren bei mir, dann könnte ich auch mal 100 MHz drauf packen, und dann wieder, und dann wieder, und wenn's dann halt irgendwann nicht mehr funktioniert, dann geh ich einfach wieder 100 MHz runter, und könnte dann theoretisch wieder 25 hochgehen, um halt zu gucken, ob ich noch ein bisschen näher an die Grenze rankomme, oder halt die Core-Voltage dann erhöhen. Genau, aber das wollten wir an einem Beispiel nicht machen, deswegen teste ich hier erstmal 4,4 GHz, und dann speichern wir das Ganze, dafür müssen wir aufs X hier oben, dann steht hier auch, was wir geändert haben, klicken wir auf Yes, und dann startet der PC einmal neu. So, wenn euer PC dann nach dem Rumspielen von euch in der Einstellung noch angegangen ist, dann müsst ihr diese drei Programme hier öffnen. Erstmal CPU-Z, in CPU-Z können wir dann direkt gucken, ob unsere Taktrate und unsere Voltage übernommen wurde, 4,4 GHz, ist drinne, knapp, aber ist auf jeden Fall im Rahmen, und der hat jetzt hier automatisch zur Taktrate 1,512 Volt eingestellt, naja, das kommt mir schon etwas sehr hoch vor, aber wir gucken einfach mal. Dann starten wir HW-Info, wichtig bei HW-Info, beziehungsweise, das sieht dann einfach besser und übersichtlicher aus, dass ihr hier Sensors Only anmacht, dann auf Run klickt, und dann scrollt ihr hier runter, wir wollen ja bloß die CPU-Temperatur haben, dann scrollt ihr hier hin, bis ihr CPU Die Average seht, genau, wir haben jetzt momentan schon sehr, sehr hohe Temperaturen, von 75 Grad Celsius, gena, ja, ich nehme ja gerade schon, ich nehme ja im Hintergrund noch mit OBS auf, also die CPU macht auch was nebenbei, da sind die Temperaturen mal weniger gerechtfertigt, dann können wir CPU-Z hier drüber packen, und wir starten Cinebench. Cinebench machen wir dann ein bisschen kleiner, das Fenster macht sich gleich automatisch größer, wenn der Benchmark gestartet wird, genau, dann schiebt ihr das hier rüber, und dann könnt ihr hier die Taktrate, die Temperatur und den Benchmark gleichzeitig sehen. Wichtig ist, dass ihr hier die Taste noch verfügbar habt, dass ihr da rankommt, damit ihr den Benchmark zur Not noch ausstellen könnt. So, dann starte ich jetzt hier mal. Oh, und ich habe jetzt auch direkt wieder gestoppt, weil wir haben hier kurz gesehen, die Temperaturanzeige wurde schon rot, also war schon wirklich sehr kritisch, wir hatten zwischenzeitlich 107 Grad. Eine CPU sollte gerade auf Langzeit nicht wärmer als 95 Grad werden, also plus, also 100 plus ist schon wirklich sehr, sehr warm. Das bedeutet, dass mein Luftkühler nicht ausreichend genug die CPU kühlt. Also entweder kaufe ich mir einen neuen Luftkühler oder eine Wasserkühlung oder ich muss wieder runtertakten und genau das machen wir jetzt auch. So, ich war jetzt nochmal im BIOS und habe hier nochmal 100 MHz runtergenommen und wir sehen hier schon, die werden doch auf jeden Fall auch erreicht und er hat hier automatisch bei der Core Voltage gleich mal 0,2 Volt runtergenommen, was wirklich sehr viel ist. Also, wahrscheinlich macht es doch Sinn, hier selber eine Zahl einzustellen, denn sonst macht er hier seine Macken. Ich würde sagen, wir starten einfach mal kurz den Test, genau und jetzt läuft der Test jetzt 10 Minuten lang durch, ich bin mir sehr sicher, dass das jetzt funktioniert, wenn nicht, dann müsste ich halt normal umstellen und wenn doch, dann kann ich es so lassen. So, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, wenn ja, dann wäre es sehr schön, wenn ihr uns auch weiterhelfen könntet, indem ihr uns abonniert oder dieses Video liked und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Power-Test wieder. Ciao!